Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Postillon Videonews. Heute geht es um eine Nachricht aus der Lebensmittelindustrie, die bei vielen von Ihnen sicher für gute Laune sorgen wird. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hat gute Nachrichten für Menschen über 18, die gerne Schokolade essen. Nach monatelangen Tests und aufwendigen Untersuchungen wurde der Verzehr von Kinderschokolade nun auch für Erwachsene freigegeben. Außerdem können volljährige Naschkatzen jetzt auch Produkte wie Kinderüberraschung und Kindercountry legal konsumieren. Dem Ministerium zufolge nahmen über 1000 Männer und Frauen an der Versuchsreihe teil, die die weltweit erste dieser Art war. Dabei stellte sich heraus, dass der Verzehr von Kinderschokolade entgegen weitverbreiteter Befürchtungen für die meisten Erwachsenen kein besonderes Gesundheitsrisiko darstellt. Der Hersteller Ferrero reagierte schnell auf die Freigabe und vertreibt die beliebten Produkte nun unter der Marke Menschenschokolade. Mit der Freigabe der Produkte für volljährige Kunden entfällt beim Kauf übrigens auch die Pflicht zur Vorlage des Kinderausweises.